Hey und Willkommen zu einer weiteren Folge Mario & Rabbids Kingdom Battle heißt es auch, aber es ist zu langer Name. Heute mit Waldwurst? Wald! Es ist Humor, es hat sich umbenannt. Wieso geht es nicht weiter? Irgendwann ist es kaputt. Weil du nicht drückst. Achso. Die Map haben wir letztes Mal nicht gespielt. Ja, nehmen wir die Map. Einstellungen sind gut. Ja, gut. Dann ein kurzer Cut bis zur Runde. So, damit sind wir jetzt in der Runde. Wieder eins beginnt, das bist du. Ja? Ja. Ich spiele zwei. Ja, das ist richtig. Könnte es sein, dass das ein und dieselbe Map ist wie die Pflanzen-Map? Nein, da sind viel mehr Hörn. Waldwurst ist lernfähig. Ja. Shit, kann man es doch wirklich nicht machen. Nee, kann man nicht machen. Tja, Shit. Das würde ich sagen. So Eisens brauchen wir nicht. Aber was wir brauchen? Das ist eine Mina. Und was soll die denn bringen? Ja, die verfolgt jetzt Rabbit... Luchi. 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 Lucha. Luchi. 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 Ja, aber mehr Reichweite hast du nicht. Mario und allgemein keine Reichweite. Ich hab mich verdrückt. Mal wieder. Ja, die Bombe macht sehr viel. Ja. So, Rabbit, Loi, Jay. Ja, den hab ich jetzt auch hier. Haben wir Showtime angemacht. Ich glaub schon. Gut. Ja, die Verschwendung jetzt schon zu lange sind. Ja, wer weiß, wer weiß. Ich. Gönn mir erst mal das Item. Geh dann... ...wieder zurück. Ernst, ne Technikaktion! Kann ich gleich wegschmeißen hier. Zack. Cooldown. Das ist ja so dumm. Ich hab in dem Flug einfach nichts erreicht. Hab nichts in meinem Leben erreicht. Zack. Na, ist ja eigentlich geheilt. Weil diese Heilung auch so nicht wenn ich war. Ja. Boink. Boink. Ach, jetzt stampft der schon wieder rum. Boink. 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 Oh Gott. Oh, nein! Zack! Was macht er jetzt? Hallo! Ja, den will ich ja treffen. Wow! Oh shit! 36 Leben dazu! Komm! Tja, ich kann es nur eingehen. Ich hatte eine 80%ige Chance auf Tinte und er tritt. Der war nicht für die Tinte. Shit! Noch einen cooler und heftigen Wappen. Hey, ich habe nur zwei Aktionen gemacht. Ich habe nur geschossen und bin gelaufen. Tja, scheinbar nicht. Shit happen, soll ich sagen. Das ist Piecher. Die will ich ja gar nicht. Da komme ich nicht drauf. Da komme ich drauf. Da komme ich drauf. Nee, warte. Nicht gelten. Und dann gehe ich dann. Zack! Schade. Ja, das war's. 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 Du sagst immer ein dritter Zug, oder? Nee. Dann mach ich euch... Dann mach ich dich schlecht. Dann mach ich dich kacke. Hast du ihn krassen Körpermacher? Hast du ihn auf alles... oder... Alles... Alles... oder... Ich glaube schon. Natürlich wachst du bei beiden kritisch, warum auch nicht? Wenn ich bei einem kritisch mache, mache ich beim anderen auch kritisch. Hab aber. Die sagt nur boah. Ich weiß, trotzdem habe ich habe wahr gesagt. Noch so ein Tiger gedöhnt. Ich dachte, das ist eine 50%ige Trefferschance für die Leute. Natürlich treffe ich das Ding. Natürlich. Klaro. Warum auch nicht? Verarsch halt noch mehr rum. Gut. Ich meine natürlich Amazin! 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 Uff. Es ist doch Verarschung hier. Du hackst doch! Ja. Tut ja auch. Irgendwie ist es unlogisch, dass Mario-Luigi tötet. Tja, ist aber gut. Gut. Was mache ich denn? Ich bin schon mit beiden gelaufen. Tja, das wäre belastend. Ja, belastend, Knassen. Uff! Showtime! Du, 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 du. Yay! Showtime! Cool! Es ist entspannt! Die beiden sterben! Neuerlich! Oh ja! So! Das ist wohl wunderschön. Auf Wels mache ich das? Peach. Bam! In dein Gesicht. Oh, ich bin voll! Ja! So, hier Waffe. Oh, Fick! Gretel, Honig und Vampir. Ich glaube, ich hab' dich bald. Sind die gewohnigt uns? Kann man die enthunigen? Ja. Ja. Weg da. Oh, das ist nice. Halt der auch noch 50? Ja. Wow, halt hier erstmal direkt. Hä? Hättest du auch gemacht. Ja. Fick aber mies von dir. Es bringt ja nichts Mario zu heilen. Ich weiß, das war auch nicht meine Absicht. Oh nein! 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 It's your turn! Halt der auch noch so! Ich bin hier noch nicht. Ich bin hier nicht dran. Ich könnte es ja noch nicht tun. Ich bin hier nicht dran. Ja. Okay. Es kommt nicht mehr mit deinem Shit Happens. Es läuft denn. Gut. Jetzt hast du keinen Heiler mehr. Das machen wir jetzt. Jetzt aktiviere ich das. Der steht. Ich kann nur einen dashen. Tja, Shit Happens. Der auch mit deinem Shit Happens. Nee. War halt nicht auf. Bam. 45. Zwei Aktion hast du noch. Zwei Aktion hast du noch. Zwei Aktion hast du noch. Ob es doppelter Schaden war. Natürlich machst du kritisch. Ich hab doch das Ding los, dass ich hundertprozentig kritisch mache. Ich warte. Na ja. Du wolltest doppelten Schaden. Glaube ich. Komm, ich geh einfach mal auf. Hier. Die ist vielleicht noch mal eingeblendet. Zwei Aktion hast du noch. Ob es doppelter Schaden war. Vielleicht doch nicht. Äh. So. Item. Dahin. Ich glaub das war dumm. Es war nicht dumm. Weil es lebt nur noch die, oder? Ja, es lebt nur noch die. Um. Um. Da zieht er sich erstmal zurück. Ja, das macht ich kacke. Oh nein. Ich kacke. Ja, das war schon immer. Ja, ne ist klar. Alright. Geil. So. Wie krass bin ich jetzt kacke. Ich mein, ich hab nur... Bei mir macht er nur 20% weniger. Let's save erstmal. Item. Sprung. Stammfarb. Jetzt zurück zu Mario. Dahin. Oh nein. 20 Schaden. Also kein safe Tod. Okay. Ja, wow. So. 100% zu kritisch. 13 geheilt. Jetzt bin ich dran damit, dich kacke zu machen. Boom. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. In 용erle. Weis будетессi necessity. Wink. Wink. 다를 not wail. Wink. Tja. Was machst du jetzt? tuitsịnhalt. Yioi. Tja. Du es bist so kritisch. Es Sie te burnouten. Ja, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. Alles gleich. Gut, dann wären wir in der nächsten Runde. Und wer sollt beginnen? Also Peach nimmst du irgendwie immer, ne? Ja. Ich nehme irgendwie immer Rabbit Peach. Aber ich weiß noch, dass ich diese Map nicht mochte. Ja? Ja. Dabei hatten wir die Map gestern gar nicht. Ne, doch, die hatten wir einmal. Ne, ne, wir hatten einmal die Gras und zweimal... Nein, wir hatten sie offscreen, die Map. Ja, aber gestern im Video. Da hatten wir sie nicht. Ja. Das ist die Frage, wo ich hin will, ne? Ich schätze, ich will da hin. Wow. Was weiß ich nicht? Na, komm ich nicht mehr. Guck mal die Idee. So, was ist es? Bewegungsaktion. Ich würde sagen mit ihr. Und zwar dort hin. Was macht Unterwürstchen? Walden. Ich werde walden. Und rühren. War lustig gestern. Er gönnt sich nicht das Item. Das weißt du doch nicht. Das bringt doch nicht viel im Moment. Du hast keine Ahnung. Mit Peach und Bewegungsaktionen. In dem Fall am wichtigsten. Da komme ich nicht hin. Halt's mal auf. Noch eine Bewegungsaktion ist hier drin wahrscheinlich. Wie komme ich denn da hin? Spring. Kann er nicht rüberspringen. Du kannst in die linke Röhre. Dann kommst du bei der rechten andere Seite raus. Stimmt. Du Röhren. Technikaktionen. Du könntest deinen Protektor oder die Heldensicht machen. Oder Prinzessinnenblick. Wie Spike Beach heißt. Taktikkamera. Ich bin zehn Kilometer weit weg. Sperren. Wir sind noch in Runde eins. Ja komm, ich geb dir aber mal den Zug. Mit anderem wird dir auch nicht viel bringen. Dann betteln die und Mario sich. Perfekt. Bäh. Bäh. Die sagt brav gesagt und ich bäh. 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 Häh. Das war meine Rettung. Ja sonst wärst du tot gewesen vom Stamper wahrscheinlich. Jetzt Altenfeld mitnehmen sollen. Och ne. Featureways dahin. Dahin. Da hin, eine Bewegungsaktion, die kommt ja, zack, zack, ach schade, geht nicht. So, also Yoshi, willst du hier mal ein bisschen aufräumen? Oh, ein Zehner, ey, nice. Entschuldig! Herr Wein, Herr Wein, Herr Wein! Kommt der hier, wird der hier kommen, wird der hier kommen, wird der hier kommen? Hallo? Uff! Dann bist du selber fast tot, das weißt du, oder? Bauerbach! Mist, ich hab'n Fehler gemacht. Oh, ne, gut. Nein, ich aktiviere SPIEGELKRAFT! Ach, ne, warte. Ist er nicht am Yu-Gi-Oh! SPIEGELKRAFT! 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 Keine SPIEGELKRAFT! Ja, ich hab' mich ja da immer gehintelt, ist gut! Jetzt komm ich aber nicht mehr zurück! Na doch, wenn wir mit dem Eitem. Ich hoffe, wenn wir mit dem Eitem zurückkommen. Na, ne Bewegungsaktion. Man muss ja gar nicht zurück. Ich kann ja auch mit Peach zugeben. Mach' ich den hier, mach' ich den hier. Okay, das war relativ wasted. Von mir, hier, bisher. Wir haben's doch noch nicht gesagt, aber wir machen Best of Stream, wenn das Video hier 1-1 ausgeht. Was machen wir? Ja, das haben wir doch beschlossen, oder nicht? Das ist mir neu. Dann werden wir ein weiteres Video drehen, das wird dann am nächsten Tag rauskommen. Das wollen doch garantiert alle sehen. Tja, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Dann mach' ich den zusätzlichen Angriff. Dann mach' ich den Rocket Launcher. Und dann kill' der Maul! Alle! Alle gefrostet! Es ist mir eigentlich relativ egal. Jetzt hab' ich grad' alle heilen. Ja. Ich mein' irgendwie heilt die Heilung genau soviel, wie ich dir Schaden gemacht hab'. Bisschen mehr? Ich brauch' ich den Bewegungsaktionen. Ein Ticket hab' ich gemacht. Es war irgendwie ziemlich dumm hier hinzugehen. Vielleicht. Ich hör' immer auf Honig. Und jetzt schon? Sind wir schon in Runde fünf? Irgendwann sind wir in Runde vier. Ach nee, doch fünf. Komm' mach' n Zehner hin! Mach' n Zehner hin! Tja, schüt' Herten, würde ich sagen. Ich will ihn doch! Oh ja, den Laufkonus, den brauche ich jetzt. Uff, Kamaru ist tot. Mit Glück. Bumm. Natürlich, natürlich mache ich jetzt. Das ist doch sowas von falsch. Sowas von. Auf 34 HP. Hast du es gerade benutzt? Ja. Du gehst dahin, das war bestimmt das, was ich wollte. Komm, lass mal hier, allein. Warum zieh denn immer rüber? Du kannst nur ihn allein lassen. In eine schade Position. Uh. Den kann ich nicht treffen. Den schon. Hab ich aber nicht. Ich hätte was anderes machen sollen. Item. Drauf. Heilen. Schild, das war doof. Aber du hast ein Schild. Hey, vielleicht hatte ich mal Glück damit. Reicht das? Ja. Gut war es trotzdem nicht. Wieso machst du eine Aufnahme? Wieso machst du das? Damit du dich wunderst. Ganz einfach. Diese Würstchen. nicht. Eton. Puff. Jetzt kannst du Mario nicht mehr heilen. Schluss. Oh, du hast das aktiviert. Ist endlich mal guter Schaden. Der hätte mich auch gut geheilt. Nein. Reiß sie. Einfach die beiden Traumschäden. Er ist gleich. Eton. Oder auch Freude. Ob du rein kritisch brauchst. Der hat 3 HP, das weiß ich nicht. Deswegen kriegt der erst mal das. Jetzt hab ich damit eine 50% die Chance hätte zu treffen. So. Peng, 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 peng. Jetzt hab ich noch 2 Züge. Das macht. Frost. Feuer. Frost. Mach ich das. Und dann mach ich das. Das. Bam. Sie dauert? Ne, leider nicht. Also nicht, dass sie getintet. 27 HP. Und jetzt sag nicht, ich hatte Glück, ich hab die Ulti von Joschi gemacht, mit der ich Save-Critical mach. Ich kann sowieso nicht treffen. Ja, komm. Ich kann sowieso nicht treffen. Ja, komm. Ich kann sowieso nicht treffen. Ja, komm. Da will er abhauen. Da will er abhauen. Da will er abhauen. Würde du auch mal rum. Okay, gut, das kommt gleich. Tja, kommt mich ran. Hab ich vielleicht auch gar nicht nötig. Natürlich bekomme ich so ein Kacken-Item. Obwohl mir das weiterhelfen könnte. Natürlich noch zu kritisch. Ja. Noch so ein Laufteil. Wieso kriege ich immer diese Laufteile? Ja. Uff. Jetzt steht es eins zu eins. Gibt es irgendwelche Sprungflächen auf dieser Map? Nope. Schock. Ich würde den Rocket Launcher machen. Ja, ich würde. Und die beiden haben 20% Kacke. Wenn man da am Anfang was anderes ausfällt, macht man den anderen um 90% Kacke. Das weißt du noch. Ja. Warte. Dann hat man das mal... Ich habe eine höhere Sprung. Ich habe eine größte Sprung. Ich habe die Frage. Und die Frage. Ich habe die Frage. Und die Frage. Ja. Aber ich habe eine höhere Sprung. Ich habe eine Höhere Sprung. Wie viel Schaden hat die Kamera? Was machst du damit? 45 bis 55. Die Leben habe ich. Jetzt willst du den Schaden in den Kopf nehmen. Das ist die Frage. Da habe ich nichts anderes übrig. Hier? Ich habe 1 HP. Hä? Wie kann der 660 Schaden machen? Oh ja, schieß mich ab. Mach ruhig. Ich war verkackt. Steht nicht fest. Doch. Ne, ich komme nicht so weit. Außer ich mache das. Mach das. Mach das. Mach das. Mach das. Ja. Mach doch das einfach. Und. Halt. 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 Au. Halt. Ist doch sweet. Muss ja auch so sein, dass es einen Gewinner gibt. Haut rein Leute. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.